Wir haben das leider auch nur um eine Stunde angemeldet, dass jetzt hier vier, fünfhundert Leute kommen, das war schon überraschend. Deswegen müssen wir jetzt leider gegen zehn auch Schluss machen. Wir waren sogar anscheinend so erfolgreich, dass, naja, die Besucher kommen noch vorbei, aber von den Veranstaltern haben wir jetzt heute keinen gesehen. Die haben wohl alle den Hintereingang verwendet, welcher sich natürlich auf der Rückseite des Gebäudes befindet. Da gibt es dann so eine Gastür und zwei Stahltore und dann wirklich werden sie über die Stahltore dann auch wieder abfahren. Das nur so am Rande. An sich ist diese Veranstaltung in fünf Minuten dann aufgelöst zu zehn und dann können wir uns auch so langsam wieder friedlich wohin auch immer auf den Weg machen. Dankeschön!